Wenn das mal keine echte Cinderella-Story ist. Die Geburtstagsparty von Prinz Christian war wirklich märchenhaft. Prinz Christian von Dänemark feierte am 15. Oktober seinen 18. Geburtstag. Trotz aller Förmlichkeiten muss die Party einen wilden Verlauf genommen haben, denn ein einziger Schuh wurde im Palast vergessen. Wie es sich für einen Prinzen gehört, sucht Prinz Christian die Besitzerin des glitzernden High Heels. Das dänische Königshaus postete einen Beitrag mit der Caption. Ist es Aschenbrödel, die letzte Nacht ihren Schuh vergessen hat? Als die Gäste am Galatisch ihrer Majestät der Königin gestern nach Hause gegangen waren, wurde dieser einsame Stilettoschuh auf Schloss Christiansborg hinterlassen. Der Besitzer kann sich gerne melden, um ihn zurückzubekommen. Besitzer hat ihn aus. Besitzer war Josh